Hallo zusammen, einen recht schönen guten Morgen. Ja, die Woche ist fast um und es kommt das Wochenende und dann kommt wieder der Montag. Ja, und montags haben wir alle irgendwie eine Verabredung. Nun aber, ja, zu unseren Medien. Ein Experte, wir leben ja von Experten zurzeit, von Experten und fürsorglichen Politikern. Ein Experte bei T-Online hat nun folgende These aufgestellt. Trump ist stärker als je zuvor. Tja, das verwundert uns doch einigermaßen, nachdem wir doch aus eben diesen Medien in dem letzten Jahr weiter nichts gehört haben als Trump ist der große Verlierer, Trump wird angeklagt, Trump ist weg vom Fenster und Trump ist in der Versenkung verschwunden. Nun aber diese Überschrift, er ist stärker als je zuvor. Was wir davon halten sollen, wissen wir noch nicht. Wir nehmen alles, wie es kommt. Wir schauen gelassen in die Zukunft. Tja, wir halten uns in letzter Zeit sehr viel mit Medienberichten auf. Aber das ist auch, glaube ich, ganz gut so, wenn man einen gewissen Standpunkt vertritt oder wenn man sich eine gewisse Position erarbeitet hat oder erdacht oder, ja, wie auch immer. Dann kann man die Nachrichten aus den Medien schon wirklich mit Gelassenheit betrachten. Hier erfahren wir, dass die Mehrheit der Deutschen ja für einen Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen ist. Da behaupten wir doch mal ganz ketzerisch und das ist jetzt wirklich unsere private Meinung. Wir glauben, dass die Mehrheit der Deutschen ja nicht mal genau weiß, wer Hans-Georg Maaßen ist und worum es bei diesem Parteiausschlussverfahren geht. Aber immerhin, ja, die Mehrheit. Und dann kommen wir zu einem Thema, ja, das uns auch irgendwie ganz besonders aufgestoßen ist. Die Bild-Zeitung hält es für wissenschaftlich bewiesen. Corona-Angst macht dümmer. Ja, äh, was sagen wir die ganze Zeit, Leute? Habt keine Angst. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Irgendwie sind wir der Wissenschaft ja einen Schritt voraus oder vielleicht sogar zwei oder drei. Also, Leute, Corona-Angst macht dümmer. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Also, mein Wahlspruch für euch, solltet ihr euch in diesem Fall ganz besonders zu Herzen nehmen. Nur wer sich Angst machen lässt, wird dümmer. Für das nächste Thema möchten wir ausdrücklich betonen, es hat nicht mit dem vorherigen Thema und dem Dümmerwerden zu tun, sondern es ist eine wirklich ernsthafte medizinische und gesellschaftspolitische Bedrohung. Wir haben ankämpfen müssen gegen diverse Corona-Wellen. Die erste Welle kam, die zweite Welle kam, die dritte Welle kam. Ja, und dann sind wir jetzt, glaube ich, ich glaube, wir sind in der vierten Welle. Aber ganz vorsichtig und ganz vereinzelt habe ich schon den Begriff fünfte Welle gehört. Aber irgendwie sind wir davon weg. Und auch die Weltgesundheitsorganisation spricht nicht mehr von einer Welle, sondern von einem Omikron-Tsunami, um der Gefährlichkeit und des erhöhten Ansteckungsrisikos gerecht zu werden. Also die Wellen sind wohl passé. Jetzt kommt der Tsunami, was nach einem Tsunami da noch kommen kann. Der erste, zweite, dritte Tsunami, okay, das kann sein. Aber jetzt erfahren wir etwas ganz, ganz Neues. Und ich bitte diejenigen unter euch, die etwas schwach mit den Nerven sind, bitte setzt euch erstmal, bevor ihr weiterguckt. Das Kommende ist wirklich furchterregend. Wir haben zu erwarten, die Wand, die Corona-Wand, die Omikron-Variante schlägt dermaßen zu, dass wir die Gefährlichkeit nur noch ausdrücken können, indem wir einen neuen Begriff formulieren. Und es ist die Wand gemeint ist. Der in anderen Ländern bereits beobachtete rasante Anstieg der Corona-Infektionen. Und so soll es ja auch bei uns kommen. Es wird in den nächsten Tagen und Wochen damit gerechnet, dass die Ansteckung dermaßen in die Höhe schnellt, dass wir nur noch von einer Wand drehen können. Gut, Leute, wie ihr auch sei, ob Welle, Tsunami oder Wand, für uns gilt weiterhin, nur wer sich Angst machen lässt, muss auch Angst haben. Ja, Leute, und heute haben wir erfahren, dass dieser Satz ganz besonders wertvoll ist. Leute, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt in eurer Mitte. Bleibt vor allen Dingen gelassen, freundlich und friedlich. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.